So, wir schauen uns die Kennzeichenrechte im Überblick an. Der Ausgangspunkt ist der § 4 Markengesetz. Der Markenschutz entsteht Nummer 1 durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom DPMA geführte Register. Das ist die sogenannte Registermarke. Nummer 2 durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb der beteiligten Kreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat. Das ist die Benutzungsmarke und Nummer 3 möchte ich überspringen, weil diese Nummer 3 ist wirklich irrelevant. Also die gibt es gar nicht mehr. Kommen wir auch gleich nochmal zu. So, Nummer 1 und Nummer 2, die sind interessant und die sind beide dafür da, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Die sogenannte Herkunftsfunktion der Marke. Entstehungsvoraussetzungen sind, wie gesagt oder wie gerade schon gesehen, unterschiedlich. Einmal die Eintragung in das Register, das Registerrecht und einmal die Benutzung und der Erwerb der Verkehrsgeltung für die Benutzungsmarke. Ein Beispiel für die Registermarke ist die Marke Coca-Cola, die die Coca-Cola AG für Softgetränke oder nichtalkoholische Getränke hat eintragen lassen. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland war oder in der EU, aber jedenfalls Coca-Cola ist markenrechtlich geschützt. Für die Benutzungsmarke, da schauen wir uns gleich ein Beispiel an oder in einem späteren Video schauen wir uns dieses Beispiel an mit dem Sprachinstitut. Hier seht ihr auch nochmal, wenn ihr googelt, dann kommt ihr auf die Webseite des DPMA und könnt dort irgendeine Marke suchen und das ist dann das vom DPMA geführte Markenregister. Hier sind alle nationalen und Unionsmarken, aber auch internationalen Marken enthalten. Gut, und die notorisch bekannte Marke, das war diese Nummer 3, die ich übersprungen habe, die ist praktisch bedeutungslos, weil es wohl kaum Marken gibt, die in Deutschland nicht benutzt werden, die aber trotzdem jeder kennt. Okay. Genau, Registermarken und Benutzungsmarken, die schauen wir uns in den nächsten Videos noch deutlich genauer an. Und dann kommen wir zu den übrigen Kennzeichnungsrechten. Das sind einmal das Unternehmenskennzeichen, der Werktitel und die geografischen Herkunftsangaben. Die Unternehmenskennzeichen sind in dem Paragrafen 5 Absatz 2 Markengesetz geregelt, die kennzeichnen Unternehmen, beispielsweise die Audi AG oder das Hofbräuhaus München. Die Werktitel, die kennzeichnen Werke, Beispiel hier Game of Thrones oder Harry Potter und der Stein der Weisen. Geografische Herkunftsangaben, die verweisen auf die geografische Herkunft des Produktes, Beispiel hier oder das bekannteste Beispiel hier ist der Champagner oder auch der Oberzer. Den kannte ich auch noch nicht, den habe ich erst vor einer Woche oder so kennengelernt, als wir von der Arbeit in den Biergarten gegangen sind. Und da hat eine Arbeitskollegin ja diesen rausgeholt und das ist irgendwie so Käse mit irgendwie was mit Tomatiken gewesen. Genau und hier seht ihr auch diese Datenbank, also hierfür gibt es auch eine Datenbank für die Protected Geographical Indication, also für die geografische Herkunftsangabe. Perfekt, dann möchte ich noch ganz kurz auf die Unionsmarkenverordnung in diesem Video eingehen, bevor es dann in den nächsten Videos richtig losgeht mit dem Markenrecht. Die Unionsmarkenverordnung ermöglicht die Unionsmarke. Die Unionsmarke schützt direkt in allen Ländern der EU. Das heißt, wenn ich meine Marke beim EUIPO in Alicante, also in Spanien, anmelde und die Marke wird dort eingetragen beim EUIPO, dann hat meine Marke Direktschutz in allen EU-Staaten. Also sofort in Deutschland, Frankreich und so weiter hat meine Marke sofort Schutz. Das ist anders beim Bündelpatent, aber das ist noch ganz kompliziert, das schauen wir uns dann im Patentrecht genauer an. Wir sind jetzt bei der Unionsmarkenverordnung und hier soll oder hier wurde, wurden die nationalen Rechtsordnungen schon angepasst an die Unionsmarkenverordnung. In Deutschland ist das durch die Markenrechtsrichtlinie passiert und das bedeutet für euch, dass das Markengesetz und die Unionsmarkenverordnung, die sind sich wirklich sehr, 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 sehr ähnlich. Also dieser Ausschlusstatbestand von Paragraphen 3 Absatz 2, den gibt es genauso in der Unionsmarkenverordnung und den werden wir uns im nächsten Video genauer anschauen. Aber auch, ja, Unterscheidungskraft, was auch immer, der Paragraph 8, genau das gleiche gibt es in der Unionsmarkenverordnung. Wichtig ist mir hier nochmal zu erwähnen, dass diese Angleichung nur in Bezug auf die Registermarken passiert ist. Das heißt, die Unionsmarkenverordnung kennt keine Benutzungsmarke. In Deutschland, Paragraph 4 Nummer 2, haben wir uns gerade angeschaut, in Deutschland gibt es eine Benutzungsmarke, also eine Marke, die nicht im Register eingetragen wurde, aber trotzdem zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen dient. Eine solche Benutzungsmarke gibt es in der Unionsmarkenverordnung nicht. Zum Schluss möchte ich euch noch die drei Grundsätze der Unionsmarkenverordnung näher bringen. Der erste Grundsatz ist der Grundsatz der Einheitlichkeit. Die EU-Marke gilt für die gesamte EU oder gar nicht. Sie kann nur insgesamt übertragen oder gelöscht werden. Okay. Autonomie, Erteilung, Verletzung und Lizenzierung der Unionsmarke richten sich nur nach dem EU-Recht. Nur nach der Unionsmarkenverordnung. Wenige Ausnahmen von diesem Grundsatz, vor allem bei den Rechtsfolgen. Die Unionsmarkenverordnung regelt nur den Unterlassungsanspruch. Schadensersatz, das geht dann nach dem nationalen Recht, aber okay. Koexistenz. Ein Zeichen kann parallel als Unionsmarke und als nationale Marke geschützt werden. Beide sind dann voneinander unabhängig. Das ist ganz häufig so bei der internationalen Markenregistrierung, aber das werde ich dann in einem späteren Video erklären. Perfekt, das war es dann von dem heutigen kurzen Video. Keine Kontrollfragen heute und dann beim nächsten Mal fangen wir so wirklich an mit dem Markenrecht, mit dem Paragrafen 3. Perfekt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.